Oh, hallo. Ich bin die Katze. Mit Hut. Und das ist meine musikalische Tier-WG. Darf ich vorstellen? Kapitän Knark. Marianne Dudel. Man kann auch Dudelhuhn zu mir sagen. Ach ja, und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt euch doch einfach am Faschingssonntag auf einen YouTube-Kanal des Stadttheaters Amberg. Und um wie viel Uhr? Ach ja, 16 Uhr. Und das kann jeder einfach von daheim machen? Einfach von daheim. Oder, Kapitän? Ich denke doch. Ja. Bis dann. Oh, Kapitän Knark. Nee. Ups. Ja. 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 Ja.